Mit tobendem Applaus und bayerischer Blasmusik gratulierten Bayerns Politiker Ex-Ministerpräsidenten Günther Beckstein zu seinem 70. Geburtstag. Der Jubilar war seit 1974 Mitglied im Bayerischen Landtag. Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, lobte sein Engagement, besonders in der Asylpolitik. Nicht zuletzt aber wird der Franke als humorvollster Politiker in Erinnerung bleiben, der zu Fasching die ungewöhnlichsten Kostüme trug, so Kreuzer. Mit seinem Geburtstag will Günther Beckstein sich weitestgehend aus der Politik zurückziehen und neben seinen vielen Ehrenämtern die Zeit mit seiner Gattin Mager in den Bergen verbringen.